Das ist Jukatran, eine Modifizierte Version von der Counter-Strike-Web mit Aztec. Ähm, wieso bin ich Spectator? Donnie! Also jeder, der Counter-Strike mal gespielt hat, sollte Aztec zumindest kennen. Wieso bin ich Spectator? Das war random, sorry, das will ich. Das will ich, das war random. Ich bin genug. Kann, kann, kann... Ich kann mir grad ganz kurz, damit ich nicht doof sterbe, nochmal sagen, wie derjenige von Slytherin, dieser eine Schauspieler, der leider tot ist, ähm, sagen, wie der heißt. Hey, Steinwagen! Meinst du Snake? Genau, Snake. So, danke. Snake, nicht Snake. Mit P, richtig A. Oh, scheiße. Ist ja gut. Hab ich Snake, ne? Ich hab Snake verstanden, aber ich hätte auch Snake angenehm. Ok, non. Snake. Ok, Snake. Ok. Ich lau mit dem Spezi hinterher, ist das ok? Bleib stehen. Hallo Spezi. Hey Spezi, ich kenn die Map nicht. Ich hab doch keinen Laut, ich hab auch keinen, ne? Ja, ich hab not Telefon überspritzt. Kann mir ein bisschen... Spezi erklärst du mir die Map. Wieso steht hier wieder alle AFK rum? Ist ja bitte gebündelig. Ich bin auch nicht Re einem... Gegrinde waffe. Ich folge Spezia, aber... Ich w耍 du, ob Spezia hier Rundfoser spielen werden, oder? Basisrauss, ich mal so ausreichend. rama grad Swami 여기서 Senatorkun- Nein, ich warte nicht! Aber ich habe noch keine Weapon. Ich habe noch keine Weapon. Was ist das für eine Sackgasse? Und ich habe noch keine Ahnung. Eine Weapon für den Präsidenten des USA. Wow! Pokémon! Hier ist ein Hals mit einem Kopf. Es sieht gut aus. Es ist ein sehr süßes Hals. Was ist das für eine Treppe? Oh, da ist Trump! Oh Gott. Ich habe Trump gefunden! Schau ihn an! Schau ihn an! Schau ihn an! Schön! Schön! Er ist schizig! Ich habe keine Weapons. Oh nein, ich bin blind. Das ist so schrecklich. Bitte zurück in Mexiko. Ich werde ein Wallen um dich herum. Und ich werde es machen. Kannst du mir die Wallen aus Mexiko zeigen? Ja, ich kann dir zeigen, wenn es fertig ist. Okay. Und ich bin immer noch in der... In der... In der... Of course! Was heißt noch mal Dingda auf Englisch? Was Dingda? Fingda. 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 We have Boo and we have Trump. And Trump shooting on a... Barrel. It's a Mexican barrel. Mex... Ich schmeiß mich gleich weg. Warte schön. Entschuldigung. Ich weiße, darf ich jetzt mit Sarah weg gehen? Oder ist das jetzt ein bisschen zu gemeingefällig? Oh, was ist hier? Dacher und Slaves. Warst du schon mal auf der Map hier? Ich war noch nicht auf der Map hier. Ich kenn die Markiere. Das ist die Counter-Strike-Map Aztec modifiziert. Okay, die ist hübsch. Oh. Wow, wow! Steinmagen hat gerade geschossen. Nur die Sperre, weil ich back hier fest. Steinmagen? Äh, Sarah? Ah ja, okay. Bisschen Concentration auf Steinmagen. Steinmagen. Hat er geschossen? Ja, ja. Hat er, hat er. Und wieder, ne? Das ist jetzt... Ne, das hier Spezi. Das ist okay. Und das ist Trump. Der macht eh nix. Oder? Trump ist nett. Oder? Bist du nett? Nur wenn ihr keine Mexikaner seid. Ich bin kein Mexikaner. Nur wenn ihr gebürtige Amerikaner seid. Aber selbstverständlich. Was soll denn sonst sein? Oh, oh. Oh, oh. Spezi hat mich auf A, B und da... Oh! Sarah! Entschuldige! Ah, Sarah! Du frisst mir ein Herz. Das find ich geil. Das find ich gut. Das find ich gut. Das gefällt mir. Bitte mehr davon. Ich riege hier grad putt, putt, putt. Spezi picked of two people with the M16. Spezi is it. Und the boominish to a kill single. Innocent. Oh, man. Oh, man. Du kannst feiern. Mann, da tut weh. Da tut weh. Das findest du Englisch, was wir hier... Ja! Featuring Trump kann ich jetzt einen Titel schreiben. That was... Englisch. You know? Jaja, Englisch. I know. You know Mr. Bean? I'm the President of the United States and all Germans are Nazis. Yes. Yes, of course. That's why I'm speaking with a hardly German accent. Do you know Mr. Bean? Do you know Mr. Bean? No, he's British. Oh, sure. Yes. Yeah, okay, okay. Great Britain is in Europe, you know? Yes. Europe is shit. Oh, oh. Pony is... Pony is... The pony is shining. He has the shining. Was? He has the shining. He, she is, I don't know. Esmus mit. But the pony is nice. And the shining. Dein Magen? I don't know. I don't know. Dein Magen? Dein Magen? Wo seid ihr denn alle? Ich hab dich... Hallo. Nice to meet you. Schön sie zu mieten. Hauf auf mich zu zielen, du bist mir nicht sympathisch. Chris... Nein, du bist mir äußerst sympathisch. Ich bin der President of the United States. I need a weapon. Someone knows a weapon in... Guckst du mich so an. Deine wunderschöne Stupsnase und deine Augen und dazu diese stylische Wut. Hier ist... Habe ich einen Wut? Stone... Stomage? 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 Super. I'm scared for stone... Stomage? Warum reden wir gerade eigentlich die ganze Zeit auf Englisch? Nur weil ich hier Trump bin? Ich weiß es. Irgendeiner hat angefangen. Ich hab mitgebracht. Ah, da kann man auch hoch. Oh nein. Steinmagen verfolgt mich. Ich hab noch keine Waffe. Das ist voll unfair. Steinmagen, come on. Ja, rennt dich unieinander. Ist okay. Wer? Wer hat das jetzt gerade gesagt? Ich weiß doch gar nicht, wo eine Waffe hier liegt. Was bist du denn? Achso. Du hast... Irgendeiner sagen. 20kb wegen Fallschaden. Ah, wegen Fallschaden. Achso. Ja, ich bin ja vor deiner Nase heruntergeschrieben. Achso. Vor meiner Nase. Achso. Abgesehen von der liebevollen Kommunikation, weiß jemand, wo Waffen liegen? Ja, ich hab eine. Ähm, ja, am Cityspawn und am Teethborn und das war's, glaub ich. Achso. Fragte sie und kannte die Map nicht. Alles klar. Alles klar. Das ist da, wo Steinmagen gerade hergekommen ist. Ah, Steinmagen! Davor hab ich... Von dem hab ich Angst. Ja, da hinten ist doch Teethborn. Trump! Oh nein, hier ist, hier ist Spezi und ich hab immer noch keine Waffen, Spezi. Oh, ich hab ne Kali! Spezi, ich hab ne Kali! Ich hab ne Kali! Komm mir nicht zu nah! Chris! Fix, komm! Hilfe, ich werde verfolgt, bitte! Ich glaub Steinmagen X ist. Steinmagen? Spezi? Hilfe! Hilfe, bitte! Ich wollte nur Namen testen. Achso. Steinmagen. Ich muss Namen üben und bisweilen kann ich nur deinen, von daher. Ähm. Hallo! Hallo Steinmagen! Vermutung liegt auf dir. Wir haben Angst vor dir. Achso. Oh, oh, da kommt Rayon. Ja, hi. Rayon, nee, nicht City. Rayon, Itty. So, Steinmagen. Ich glaub Steinmagen ist nur die ganze Zeit hergerannt worden. Ach, was war das das Pferdchen mit dem Shining? Das ist das Shining! Was war das das Pferdchen mit dem Shining? Ja, du leuchtest so. Stimmt, du leuchtest. Ich kann nichts dafür. Dein Magen, hör auf! Er schießt die ganze Zeit, weil er mich die ganze Zeit verfolgt hat. Oh! Ich beobachte das ganze Zeit. Sorry. Aber er hat mich einfach die ganze Zeit... Äh. Au! 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 Wo schieß ich denn bitte schon hin? Nein! Gott. Ihr schießt zwei Traitor-Waffen. Du warst da, um bist du denn so rum? Oh, ich mag dich, aber hör auf damit! Du tut mir so leid. Aber ich war vorhin die ganze Zeit innocent. Ich war auf der einen Map mit einem Tracer. Ja, ja! Rayon, du hast Einflusslöschchen in deinem Arsch. Wann? Wieso? Aua! Du tut mir so leid. Ja, ist schon okay, ich war okay. Willst du dich stopfen? Es gibt ein Pflaster. Was? Es gibt doch Pflaster, oder? Ja, ich will sie stopfen. Warte, bleib stehen. Ich stopfe jetzt die Glöckchen. Na komm. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, ich mach wieder welche ein. Und jetzt stopfe ich sie. Ne, 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 ne. Ich hab damit nichts zu tun. Lass mich in Ruhe. Oh, ja. Mach weiter, ich stehe da einfach. Was macht ihr denn? Hä? Ich bin nicht Traitor. Ich bin nicht Traitor. Ich bin nicht Traitor. Das war keine Absicht. Das ist einfach so passiert. Ja. Ich bin nicht Traitor. Ehrlich. Sorry, aber du hast ihn getötet. Stopp. Wer war Traitor? War, 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 Buh. Warfst du wieder? Buh, 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 Buh. Buh. Buh, Buh, Buh. Buh, 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 Buh. Trump hält ja gar nix aus. Alter, was für ein Lauch. Was habt ihr da bitte gemacht? Wir haben gespielt. Hey Pony, hier. Rayon, ich sag nichts mehr über dich. Ich hab auch die Shining. Ich hab auch die Shining. Cool. Ich bin auch Shining. Wir sind die Gliese-Free-State-Scene. Ja, Gliese-Free-State-Scene. Warum hab ich denn die Shining? Erlebt Trump noch? Trump? Wo war denn Trump? Nein, Steinmagen. Es ist nichts. Sicher? Willst du das wissen? Er verfolgt sich immer die ganze Zeit. Weil er auch arm ist. Ich brauch nur ne Waffe. Kann man jemand ne Waffe droppen? Getreten vielleicht? Das wäre nett. Ich hab die Shining. Ich bin am neuesten. Oh, hi. Was macht die zwei so? Ich schließe mich euch. Hey! Achtung! Wer hat auf mich geschossen? Irgendjemand hat auf mich geschossen. Steinmagen war's? Steinmagen war's? Ich hab Slay erschossen. Ich hab Slay erschossen. E-Beams. Safer. Slay hat auf... Auf... Auf wen? Auf wen? Auf wen? Auf wen? Wie schlecht treff ich denn? Oh... Nein! Nein! Und schließlich haben wir noch mal Waffen gesucht. Wer war's jetzt da? Slay und? Sarah? Ja. Dem kümmert das nicht. Ich hab um ehrlich zu sagen gedacht, dass du nachlegst. Ich mach nix. Oh! Was ist da? Ich bin Preparing! Ich hab gewonnen! Preparing! Preparing! Das sind die schlimmsten. Preparing! Schon wieder innocent ist das ja. Ich bin nur... Ich bin nur am Üben. Ich schieße gegen einen Baum. Das gilt nicht. Ich bin auch gerne mal wieder Traitor. Dankespiel. Ich hab nur gegen einen Baum geschossen. Ich will auch gerne mal wieder Trump erschießen. Aber ich hab nix gegen Waffen. Von daher höre ich jetzt auf. Rate das bitte! So! Und jetzt? Wirst du erschossen. Weil du Trump bedroht hast. Ich möchte einmal ganz kurz... Oh nein! Ich bin ein Terrorist! Ich möchte einmal... Explodieren die? Ja. Da wo Flammen oben sind explodieren. Nein! Nein! Mr. Trump! 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 Was ist das? Orbital Friendship Beam. Entweder Steinmagen oder... Steinmagen? Hast du das? Nein, nein, nein. Aber ich weiß, dass Slay die Waffe gern benutzt. So. Da ist grad wer gestorben beim Orbital Friendship. Der ist hier auf dem Map grad übrigens übelst verglitscht. Okay, da liegen Rayon und Slay. Rayon ist inno. Slay war traitor. Slay nutzt die Waffe gern. Hat sie das wahrscheinlich geschossen. Intelligenz. Er schießt. Ich wusste es. Nice. Wie blöd. Das sind richtige Deluxe-Runden heute. Ich glaub das ja nicht. Ich verbessere Gott wie blöd bin ich. So, weiter. Hi Rayon. Du stehst was auf. Spielt sie deine Kill mit dem Trumper gut? Nee. Ja, nee, ich bin... Das war Glück. Ich bin ja schon wieder innocent. Ich seh durch die Wiese nicht ob da noch irgendwo Waffen liegen. Blöd, ne? Ich hab keine Waffe. Ich auch nicht. Traitor kannst du mir bitte eine troppen. Ja komm her. Warte. Ich bin hier mit dem Spezi. Ja, wo bist du? Ja, wo bist du denn? Wo bist du denn? Da bin ich bei Spezi. Und bei Slay. Und bei Trump. Hallo. Ich bin Trump. Ich bin nicht bei Trump. Hallo Pony. Hallo Pony. Immer wenn jemand Hallo Pony sagt oder so, bin ich in der nächsten Sekunde tot. Nein. Das ist gut. Doch. Beachtet mich nicht. Geht weg. Das sind zu viele Leute. Hallo Pony. Ich geh hier in Richtung B. Hallo Pony. Na warte, ich bin auf B. Kann ich dich? Kann ich dich? Rüber auf zum City spawnen. Pü! Pü! Pü Pony! Pü Pony! Pü Pony! Pü Pony! Pü Pony! Pü Pony! 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 Ich brauch Munition. Äh, ist jemand von euch Traitor? Ja, ne. Ja, ich bin Hindo. Ich war's natürlich nicht Traitor. Boah, hat das grad geleckt. Hat grad irgendjemand was geschossen? Ja, ich hab einen Incendiary random durch die Luft geschossen. Ah, ich hab einen M16 endlich! Ich hatte M8! Also ich steh jetzt in der Ecke, ja? Traitor. Ich stelle mich jetzt auch in die Ecke. Ich stelle mich auch in die Ecke. Ich stelle mich auch in die Ecke. Tod. War das grad irgendwie Traitor? Wie sieht's aus? Wo sind die Waffen? Verdammte Scheiße! Hier hinten, Rayon. Das hier ist das CT-Spawn. Erkennst du an dem Dingern da oben? Ich hab Munition. Guck mal. So, hier liegen eventuell noch Waffen und da oben liegen noch welche. Ich hab doch ne Waffe. Wo bist du denn? Brauchst du nur ne Waffe, Chris? Ne, ich hab schon eine. Ich hab halt auch noch die eine. Ich hab halt auch noch die eine. Ah, guck mal. Hä? Ich hab was getrocknet. Warte mal. Komm, hier rüber. Rayon? Hey! Hör auf! War's grad ne Insider auf mich geschossen? Trump? Hä? Rayon? Ich mach das auch nochmal, guck. Soll ich? Dann mach. Soll ich nochmal? Mach. Soll ich? Ja? Was willst du denn tun? Wahrscheinlich holst du gleich dein Bumerang raus und dann fühlt es mich. Ne, ich hab kein Bumerang. Ich hab ne AOG. Hey, hey Chris! Okay, aber inno. Was? Sorry, Rayon. Ich hab dir nicht getraut. Random. Was heißt da random? Du hast doch ne Insiderio auf mich geschossen und mich damit Schaden gemacht. Vielleicht bist du ja einfach verraten. Du hast mich auch angeschossen. Hä? Ich check überhaupt gar nicht, wo er sei. Ja, weil du ne Insiderio auf mich geschossen hast. Ich hab erst danach geschossen. Ne kaleidau. Ha? Okay, ich hab Rayon getötet, aber ich bin inno. Was? Bist du dir sicher? Ja, bin ich. Ja, bin ich. Bin ich. Von dem Klob. Rayon, wässer. Hey! Linke Maustaste. Dann zu nem Fass hinfliegen und E drücken. Bin ich dumm. Bist duisch? Hallo, forn hallo. Bistee. Hier könnte man aber auch mal wieder Rasen mähen. Hier liegt ein Pony! Hallo Pony! Wieso in allen Herrgottsnamen lebe ich denn noch? Ich dich beschützt der Flame! Wer war das? Hab mich beschützt? Steinmagen? Richard? Richard! Wenn du jetzt Trader bist, dann... Ne, klar. Also wahrscheinlich bist du, denn ich bin jetzt grad so glücklich, dass du mich beschützt hast und jetzt erschießt du mich und dann macht er zu. Also einer von euch muss es sein. Soll ich auch machen? Hier? Ja, meine! Shit! Ich kann dich mit der Crowbar schlagen! Ah, du hast mich beschützt, das heißt du hast einen gut. Alles kein Problem, das seh ich ganz klar. Ich hab keine Waffe mehr. Ähm... Trump ist tot? Die Leute sind wirklich blind. Ähm... Tja, hüpfende Fässer. Normal. Wir haben alle Paranormal Activity geguckt, hoffe ich schon mal. Ja? Ja? Ja, war scheiße. Es gab sehr viele Stellen, wo man einschlafen hätte können. Ja. Das hab ich auch wahrgenommen. Warum schießt du Steinmagen? Steinmagen schießt! Ich hab auf... Auf Slay geschossen! Ich bin innocent! Na toll, scheiße! Was? Naja, Sarah, ich hab dich ja irgendwo gern, ne? Also nicht irgendwo schon speziell. Also nein, verdammt. Egal. Äh, ich lauf einfach mal weg und dann ist gut. Ja? Ich bin nämlich wirklich, wirklich innocent und hab nämlich vielleicht wirklich, wirklich Angst. Und mal gucken, was es denn hier so gibt. Shit, ich hab keine Waffe. Naja. 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 Äh... Gibt er denn hier irgendwo... ne Waffe? Wer lebt denn noch? Kann mal jemand Durchsage machen, außer Sarah jetzt? Äh, nein. Oh, scheiße. Ich mein, hoppla. Äh, oh shit, da nie krass. Steuerung! Achso! 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 Oh! Es gibt immer noch das Radar, Leute. Nee. Oh, ich musste nachladen. Ja, Slay! Gut gemacht! Hi Rayon! Hä? Nein, da lebt hier noch einer! Och, nö, nö! Leute! Jetzt aber, oder? Wer war das denn? Hä? Oh, Sonne! Sonne! Ich hatte grad dieses... dieses Fenster. Achso, Sonne. Ich hab mir grad das Radar geholt. Oh, Kinders. Sag da doch. Das Radar aktualisiert sich nur alle 30 Sekunden, ne? Nur damit das wisst. Hallo? Wir warten jetzt Traitor, wenn ich nachfragen darf. Und dann wurde ich erschossen. Äh, Sarah und Spezi. Ah, jetzt. Ah, okay. Das hat grad richtig gepackt. Was? Ist dein Sarah gestorben? Was? Ist dein Sarah gestorben? Das hat gefällt mir. Wir rollten fast. Ihr juckt mich nicht normal. Das haben wir halt bei uns auch schon mal. Alter! Trump ist es! Trump! Trump hat ein... Wo ist denn Trump? Trump fliegt hier rum. Alter, find ich gut. Da kann man wenigstens die Leute direkt erkennen. Ja, Trump ist es. 100%! Confirm ihn. Sonne ist nämlich schon tot. Achtung! Wow! Wer schießt da? Sorry. Sorry, das bin ich. Ja, du bist doch Traitor. Was? Nie. Zu 1 Milliarden Prozent ist hier Trump runtergechumpt und hat Sonic getötet. 1 Milliarden Prozent. Ihr könnt dem Einhorn vertrauen. Steinmagen schieben. Denn Chris war zu langsam und hat mich nicht erwischt. Nein. Steinmagen, okay. Ich war zu Steinmagen. Oh, wie hübsch. Du weißt, dass ich nicht bin, ne? Was hat das Gefühl, ne Waffe? Es ist Chris auf jeden Fall. Ich hab's doch grad schon zugegeben. So, gehen wir Snipern. Das kann ich nämlich gar nicht. Hä? Wo liegt deine Waffe? Du kriegst keine. Das ist ein Gedießbund. Ich hab Sarah getötet und würde ihn können. Nein! Ich hab keine Waffe! Wollen wir denn grad durchgehen, wenn noch alles lebt? Sarah! Erst tu... Was? Sarah! Okay, erst klar. Äh, spitzi! Slay ist es! Also ich bin Schlumpf. Jizzy! Ist tot! Ray hat Trump umgebracht. Ich hab versucht zu helfen, aber hab's nicht... Und damit muss es Slay sein. Okay, Dream Team. Sprach wer? Der Richter. Das Einhorn! Das Einhorn! Das Einhorn! Was? Der Terminator! Ich bin Ehrung, Mann! Mit ner Rifle im Kopf! Ja! Ich bin Ehrung, Mann! Ich bin Ehrung, Mann! Was hat das denn? Aber ich hab's geklärtet. Was? War das denn? Ich weiß nicht, was das war, aber amüsant war's schon. Nee, ich war das gut! Ich war das gut! Ich war das gut! Hey, warum du immer stirbst? Das war auch unerklärlich. Und so! Es wird wärmer! Oh Gott! Oh Gott! Komm, bei den Horrorfilmen, die ich kenn, das ist okay, ist okay, aber hey, du hast es versucht, das ist schon schön, ich lass es gelten. Was ist das hier? Auch egal! So, wer lebt denn jetzt noch? Kann mir das irgendjemand verraten? Nur ich! Nur ich! Steinmagen? Ja! Ah, Richard! Ja! Ja! Ich kenn' dich sogar! Toll! Schriekkeks! Okay, hier ist er wohl nid. Okay, alles klar. Du, du, du versteckst dich ja nicht von mir, oder? Alter! Wisst ihr, wie krass das aussieht, wenn man mit der Sniper zielt und dann erscheint auf einmal Thomas? Alter! Was ich für den Schreck bekommen habe! Ja, auf jeden Fall! Na toll, jetzt hab ich dich nass gemacht, danke! Was? Na ja, schon okay, schon okay! Lass mich! Ja, ja! Trinken und lachen ist nid gut! Alles klar! Okay! Kombinazieren? Ja, ist... Ja, kombinazieren mal! Kombinazieren! Ich wollte sagen Kombination, aber daraus wurde dann nur irgendwas anderes! Hm! Ah, ich bin auch schon älter! So! Wer ist nicht da? Was? Was? Was war das da denn? Wer war das denn? Das war ich! Oh Gott! Meine Güte! Ist das gruselig! Ich bin Gott! Nein! Verneigt euch vor mir! Das ist cool! Hier am Palast! Kommet her! Auch nix! Auch nix! Auch nix! Das ist total cool! Bisschen gruselig, aber cool! Ich stehe hier am Tempel! Und managet den Blick von dieser Stempel! Also kommt ja bei! Kriegt man davon halt hin? Das war total cool! Ist das ein Voice-Ähänderer? Nee, das ist Frisina, ne? Nein, das ist meine Stimme! Hey, wie heißt die Mountain Views? Hey! Phonix! Okay, was jetzt wieder läuft das? Ah, ich bin sie! Können wir dich bei allen Mountain Views einbieten? Oh ja! Warte, wo ist Mountain View? Nee, warte, ich hab was Besseres! Er will mich essen! Gott! Hallo! Ah! Ja, verdammt! Wie keiner etwas macht! Was ist denn los? Was? Ich schrei auch noch Sonic und keiner hört's! Ja! Shit happens real! Shit happens real! Oh, hier läuft die Chips-Tüte! Ah! Ehrlich? Ja, ja, ich bin die Doris! Ich bin... Das ist ja immer geil! Wo ist denn dann der Kopf, wenn man auf den Kopf schießen will? Ähm... Ja, das weiß ich auch noch nicht! Das ist egal, das hat Style, das gefällt! Ah, das ist schön! Ah, ein Schleimwagen ist übrigens eine Mountain View Flasche! Ich bin wieder Iron Man! Schleimwagen? Bist du jetzt auch noch ein Einhorn oder bist du was anderes? Ich bin der Wonder Woman, ey! Ich bin der Wonder Woman, ey! Hallo! Geh weg! Pony! Nein! Wenn du mich so anredest, weiß ich genau was passiert! Geh weg! Das stimmt nicht! Das letzte Mal hab ich dich nicht ge... Oh! Okay, ich glaube... Was denn? Ich glaube, das Pony ist es! Ja, ich bin's! Pony! Warum? Oh Gott! Warum, Sarah? Ich werde von Pony verfolgt! Weiß nicht! Jetzt mal jemanden! Waa... Waa... LOL! Hier ist wieder so Tonnen, die sich bewegt! Das macht mir Angst! Ist schon jemand tot? Chris? Okay, Chris ist tot! Ach, da ist ein... Frischma! Frischma! Da ist... äh... Ja, was? Oh! Hallo! Was ist das? Was ist das? Da, 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 da! Was war da? Ich bin dann mal weg! Ach! Nee, geht das? Könnte es noch nicht gewesen sein, nein! Und dann war sie jedenfalls nicht! Ich war's nicht! Hey, hey, hey! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße, das ist keine Sniper! Aua, aua, aua! Wer ist denn noch... Jemand hat mir Leid angetan, aber scheiße! Das wird wahr! Ich glaube, ne Tonne! Böse Tonne! Ne Tonne! Ne Tonne! Ja, ne Tonne! Sagen wir uns bei ehrlich, das war ne Tonne! Slay ist es! Definitiv! Weil sie hat die 2 Tonne erkennt! Ach so! Was?! Also Tonnenmord, das ist schlimm! Mann, die logisch, die gefällt mir nicht so ganz! Okay, und Sarah ist es! Also Tonnenmord ist schon hartes Delikt! Hä? Was soll ich das sein? Oh, du bist ein fieser Frosch! Ich lau auch die ganze Zeit rum und nö, es ist hier nicht! Du bist traurig! Okay, hier liegt jemand! Das ist Chris! Chris ist tot! Das ist auch lustig! Hier liegt jemand! Das ist Chris! Er ist tot! Ehrlich! Also ich glaub die Leiche da ist tot! Hier liegt auch ne Flasche! Gebt die noch! Hä? Äh! Weg! Die Flasche bewegt sich! Oh! Lebst du noch? Hä? Geil! Mit der Flasche kann man spielen! Hä? Ich wollte mit der Flasche spiel! Wohu! Ich wusste ich kann dir nicht vertrauen! Wohu! Hat dich recht! Sehr schön! Sarah, sehr sehr schön! Hat mir gut gefallen! Internet high-five! Ich hab jetzt... Ich hab jetzt, das Tapen-Klick mit! Nein kein internet high-five! Das war zu fest! Kakariko! Oh das hört mir leid... Aber, aber... Lavender Town ist in der nice Map. Aber dann habt ihr die ganze nette Musik von Lavender Town auflaufen. Mir gefällt die Muschi. Äh, die Katze. Die Katze, die Katze, ich hab die Katze gesagt. Ich hab die Sand ausgeschaut, nur gesagt, mir gefällt die Katze. Okay, okay. Die Muschi aus Lavender Town, alles klar.